Hallo meine Lieben, ich grüße dich. Ich bin deine Kuiay Lorena. Ich grüße dich und besonders für diesen besonderen Tag, diese besondere Zeitenergie, in dem wir sind. Dieser magische, blutvolle Mond. Der magische, blutvolle Mond, den wir in diesem Moment erleben und sehen dürfen, bringt tatsächlich eine unglaublich mächtige Energie des Todes, des Beendigungs, des Blut. Man sagte in der Vergangenheit, vielleicht hunderte von Jahren, dass wenn man sieht, ein Blutmond bedeutet, dass viel Blut gegossen wird. Das wäre ein heißer Blutmond. Und das hat in dieser jetzigen Zeit, wir wissen, dass wir sind weiterhin im Krieg und es gibt verschiedene Länder, bei denen immer noch dieses Thema sehr geprägt ist. Und nicht nur bei diesen Ländern, sondern in den gesamten Planeten Erde spürt der Mensch einen tiefen Umbruch, in dem etwas in uns bricht. Wenn etwas in uns bricht, erzeugt eine Trennung, erzeugt die Scheidung und Entscheidung durch diese Trennung, etwas Neues zu beginnen. Eine Trennung, eine Scheidung oder wenn man stirbt oder jemand, den wir lieben, stirbt, bedeutet erstmal, dass wir einen tiefen Schmerz spüren werden in uns und danach merken, dass etwas in uns bricht, trennt sich, scheidet sich und dann kommt die Entscheidung für den Neubeginn. Es ist ein Prozess, ein Siklus. Und es ist ganz wichtig, dass du erkennst, dass wenn du an etwas festhältst, bedeutet auch Schmerz, weil du versuchst mit aller Kraft und Macht dich an etwas festhalten, die aber dir sagen möchte, die Zeit ist vorbei. Harmonie und Liebe und Bereitschaft erzeugt keinen Schmerz, sondern Harmonie. Etwas geht im Fluss, etwas ist gewollt und alles, was gewollt ist, verursacht keinen Schmerz. Wenn du das Gefühl hast, dass du in dir Schmerz hast, bedeutet das hier etwas nicht in Harmonie ist und du versuchst dich an etwas fest zu klammern, weil du vielleicht das Gefühl hast, dass du der einzige Retter oder Retterin bist für eine Situation. Es gibt unterschiedliche Gründe, warum der Mensch an etwas festhält. Wir haben vielleicht Angst vor Veränderung. Wir haben Angst, aus unserer typischen Komfortzone rauszukommen und die Bereitschaft in freie neue Ufa zu schwimmen oder zu laufen. Wenn eine Scheidung stattfindet, besonders in diesen letzten Zeiten oder eine Trennung, die so in Trend leider ist, weil wir ab Juni das Thema Freiheit erleben. Das Thema Freiheit nach unserer Rauennächte ist ein ganz wichtiges Thema, die aber, um die Freiheit zu erleben, musste davor etwas entschieden werden. Und zwar, wenn du frei sein möchtest, bedeutet du lässt los. Du hältst dich nicht mehr fest. Du entscheidest dich diesen Schmerz dich, diesen Schmerz zu verabschieden, damit du in eine tiefere Harmonie und wieder Neugeburt, neu beginnst, vor einer neuen Zeit dich erlaubst zu haben. Wenn du das Gefühl hast, dass du Schmerz spürst, weil deine Kinder, deine Lieben dich nicht sehen möchten, bedeutet nicht, dass du dich an deine Kinder festhalten möchtest, damit sie dich nicht vergessen. Ich möchte dich erinnern, diese Art von Ereignisse kenne ich nicht von Lateinamerika. Es ist eine Situation und Herausforderung, die ich ganz ehrlich nur hier in Deutschland, Österreich, in dieser Umgebung wirklich zum allerersten Mal erlebt habe. Das ist ein sehr merkwürdiges Phänomen. Und ich habe euch so oft gesagt, Deutschland ist ein ganz wichtiges Land. Ihr Österreicher, Schweizer, deutschsprachiger Mensch, ihr seid so wichtig für diese Planet Erde. Wenn es euch gut geht, dann seid ihr in eurer Kraft. Und wenn ihr schwach gemacht werdet, dann habt ihr nicht die Kraft, aufzustehen und für diese Welt die Kraft, die Liebe, Harmonie, Vergebung und Freiheit bringen können. Dieses Phänomen von Krieg hat euch sehr geschwächt und dazu gebracht, dass ihr nicht stolz sein darf, deutsch zu sein. Es kommt eine komische Schuld. Und nicht vergessen, diese Kriege sind alle manipulierbar worden, damit hier keine Kraft entstehen darf, keine Freiheit, damit Trennung und Scheidung stattfindet. Und das ist genau, was jetzt geschieht. Und entweder Frau und Mann trennen sich, lassen sich scheiden, damit ihr weiterhin schwach bleibt. Und wenn diese Trennung nicht stattfindet, dann die Nächsten sind die Kinder. Die Kinder wollen dich plötzlich nicht sehen. Und kommt dieses Thema der Ablehnung. Ich fühle mich abgelehnt. Ich fühle mich nicht gewollt. Und warum geschieht das hier in diesem territorialen Raum? Warum nicht in Lateinamerika? Ich kenne es nicht da. Und das ist etwas, was mich immer wieder zum Nachdenken bringt. Leute, das ist reine Manipulation. Mein Vorschlag, meine Empfehlung. Denk an dich. Kummere dich um dich. Wenn deine Kinder dich nicht sehen wollen, bedeutet das nicht, dass du wertlos bist. Bedeutet das nicht, dass du schuldig für etwas bist. Es ist nur ein Zeitraum, in dem dein Kind, wenn du in der Zeit versuchst oder tust, alles um dich, um dich zu kümmern, um du in deine Kraft zu kommen, dann wirst du erkennen, dass du dadurch beginnst, in deine Selbstharmonie zu kommen. Steh auf und lass dich nicht durch deine Kinder schwach machen. Deine Kinder werden irgendwann erfahren, dass sie einen großen Fehler gemacht haben, weil du plötzlich glücklich bist. Und wenn sie in deine Richtung kommen, du bist bereit, die Armen breit aufzustellen. Und wenn du ab und zu an deine Kinder Hinweise gibst, ich bin für dich da, solange ich lebe. Wenn es dir gut geht, tu es. Weil diese Energie kommt von Herzen. Wenn du traurig bist, tu das nicht. Weil diese Energie wird deine Kinder erreichen mit Hunger. Hunger nach Anerkennung. Und je mehr du eine Anerkennung möchtest, du bettelst nach Anerkennung. Das will kein Mensch. Wenn du in deiner Kraft bist, gebe deine besten Botschaften. Weil dann tust du das von ganzem Herzen. Und das ist eine goldene Energie, die jeder empfängt. Oder empfangen mag. Sei nicht der Bettler. Sei der machtvolle Mensch, der du bist. Steh auf. Und sei frei von allen Schmerzen, von allen Schulden. Glaube an dich. Und an alles, was deine Vorfahren bis jetzt gemacht haben. Und diese kleinen Länder, aber machtvolle Länder. Es gibt einen Grund, warum diese Länder, die klein sind, so mächtig sind. Und das ist auch merkwürdig, oder? Weil ihr machtvoll seid. Die Menschheit schaut euch zu. Glaube an dich. Und wenn du das Gefühl hast, dass ein tiefer Schmerz in dir lebt, der chronisch ist. Wenn du das Gefühl hast, dass du an dich so oft gearbeitet hast und immer noch der Schmerz da ist. Bedeutet, dass das hat mit einer alten Geschichte, die nicht zu diesem Leben gehört, sondern zu vergangenen Leben. Und es gibt natürlich viele Methoden, die dir helfen können oder vielleicht auch nicht. Zum ersten Mal möchte ich gerne dich einladen, auch zu dieser hervorragenden Karmic Dissolution Ausbildung, die ich jetzt bald durchführen werde, die dauern zehn Tage lang. Vielleicht hast du die Möglichkeit, dich durch diese Ausbildung auch selbstständig zu machen und viele Menschen wirklich in der Tiefe zu unterstützen. Diesen Themen, die man nach so viel Arbeit und durch unterschiedlichen Techniken nicht erreicht hat, in die Tiefe wahrer Heilung zu gehen. Dann vielleicht möchtest du an dieser Ausbildung teilnehmen. Es ist eine wichtige Zeit, dass wir etwas für uns und unseren Lieben tun. Aber besser noch, tue was für dich, damit diese kollektive Arbeit, die jetzt durch euch deutschsprachige Menschen so wichtig für die Menschheit ist. Ich freue mich, wenn ich weiß, dass du beginnst, an dich zu glauben. Und ich freue mich, wenn ich weiß, wer du wirklich bist. Du leuchtender Mensch! Ich will dir sagen, ich liebe dich. Steh auf und genieße die Sonne und sei frei von alles, was dir nicht gehört. In tiefe Liebe verabschiede ich mich. Segnungen für dich und dein Leben. Danke und bis gleich. Kleinungen für dich. Danke. Danke. Vielen Dank.